So und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video und dieses Mal bin ich hier in der Wildnis und baue ein neues Überlebenslager auf. So, der erste Punkt, den wir beachten müssen, ist, dass wir die Umgebung einmal abchecken. Es kann ja sein, dass irgendwo ein toter Baum in der Nähe ist und bei einem Sturm runterknallen kann. Und als nächstes schauen wir nach oben. Wenn wir nach oben gucken, kann es auch sein, dass oben tote Äste liegen und die auch beim Sturm runterstürzen können. Das wäre echt fatal, wenn wir denn hier am Lagerfeuer sitzen und uns stürzt einmal so ein Ast runter. Als nächstes bereiten wir die Fläche vor und dabei entfernen wir hier das Laub, um später besser bauen zu können. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt und das ist endlich der Aufbau. Wir beginnen endlich mit dem Gerüst. Hier habe ich ein paar Holzhaufen und wir brauchen jetzt richtig stabile armdicke Hölzer. Der hier sieht ganz gut aus. Der ist richtig stabil. Den nehmen wir mit. Hier schlafe ich nachher auf dieser Seite und hier soll nachher der Eingang sein. Und ich brauche hier nicht die komplette Länge, deswegen werde ich ihn ein bisschen kürzen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, um diesen Ast zu brechen, suchen wir uns einfach zwei Bäume, die eng aneinander stehen und schieben denen einfach dazwischen. Zack. So, die Länge wollen wir brechen und dabei empfiehlt es sich, ganz am Ende von dem Baum anzufassen und dann in eine Richtung zu laufen. Wir bewegen uns jetzt in diese Richtung, damit er dann dort um den kleinen Ast bricht. So, und los geht's. Der ist ganz schön biegsam. Das ist eigentlich ganz gut. Und so kann man seine perfekte Länge zurechtbrechen. Und das alles ohne Axt und ohne Säge. So, als nächstes wollen wir ja eine bestimmte Höhe haben, wo wir nachher drunter liegen wollen. Und von daher suchen wir uns einfach eine Astgabel und können dann entscheiden, auf welche Höhe wir den Baum einklemmen. Also ich finde es besser, wenn man ein bisschen höher wie die Hüfte geht, so ein bisschen so Bauchnabel oder ein Stück höher. So kann man unter dem Shelter nachher viel besser sitzen. So, dann nehme ich einfach den dicken Ast hier, klemme den hier ein. Zacka! Bieg dann alles gegen die Richtung des Baumes. Wir wollen nämlich nicht, dass er nachher nach hinten fällt oder zur Seite oder in eine andere Richtung. So, hier auf die Seite ist der Stamm ja noch lose. Und der lässt sich jetzt nicht so einfach hier stabilisieren, weil wir hier keinen Baum haben. Und von daher werden wir das Prinzip anwenden, wie von dem Stativ, wo die Kamera drauf sitzt. So, wenn ich hier jetzt eine Astgabel drunter setze, dann ist das alles hier noch sehr instabil. Ich kann ihn zwar in die Erde rammen, aber er wird trotzdem irgendwann durch das Gewicht, was hinten rankommt, nachher nach vorne kippen. Damit er jetzt nicht mehr nach vorne rutscht, gucke ich, dass das alles hier auf eine Höhe passt und drücke das alles ein bisschen nach unten. Wenn ich mich darauf abstützen kann, dann ist das stabil genug, um nachher das ganze Zeug hier raufzusetzen. Wenn ich hier in die Mitte gehe und das mich auch halten kann, dann ist das echt stabil. Wenn das durchbricht, dann habt ihr ein Problem. Und dann solltet ihr am besten einen neuen Stamm suchen oder neue Astgabeln, die stabil genug sind dafür. So, wir brauchen Holz. Hier wird jetzt alles herangestellt. So, worauf ist hier zu achten? Das ist eigentlich auch ganz einfach. Wasser muss irgendwie immer ablaufen. Und je flacher wir das machen, desto eher kommt nachher das Wasser unten durch. Und je steiler wir das machen, desto weniger können wir darunter nachher schlafen. Das heißt, so ein Mittelwert ist ganz gut. Wie bei einem Geodreieck suchen wir uns ungefähr 45 Grad. So, am besten wären immer dicke Stöcker. Je dicker die Stöcker, desto weniger müssen wir suchen. Dickere Stöcker nehmen halt mehr Platz ein und sind auch stabiler. Wenn ich dieses ganze Gerüst so sehe, ist es doch sehr unstabil. Und ich habe jetzt auch keine Schnüre dabei. Und es gibt einen ganz einfachen Trick. Man sucht sich einfach ein Gewässer oder in der Nähe von einem Gewässer diese Weidenzweige hier. Und hier kann ich die Enden jetzt verbinden, indem ich ganz einfach einen ganz normalen Knoten mache. Und dann hochgehe und dann hier entgegengesetzt auch nochmal rumgehe und hier auch einen Knoten ziehe. Das muss ungefähr dann so aussehen. Und dann zieht ihr den einfach fest. So habt ihr jetzt zwei Äste zusammengebunden und habt somit eine doppelt so lange Schnur. Als allererstes verbinde ich die unteren beiden. Da Weide keine Knoten verträgt, schiebt ihr nachher die Äste einfach zwischen den anderen Ästen durch. Und somit fixieren sie sich selber und dann ist es auch stabil. So, wenn man ein Dach bauen möchte mit Grashoden, dann ist es darauf zu achten, dass man hier wie bei einem echten Dach wie Dachziegel anlegt. Das heißt, erst die untere Reihe und dann die nächste Reihe. Und dann immer so weiter. Dann kommt die nächste Reihe, nächste Reihe, nächste Reihe. Und dann kann das Wasser schön hier ablaufen. So, ich bin erstmal soweit fertig. Die Hütte ist grandios geworden, riesengroß. Und sie gefällt mir so, wie sie ist. Ich habe sie mir ein bisschen kleiner vorgestellt, habe sie ein bisschen größer gemacht. Und ja, ich werde nächstes Mal noch hier das Dach weiterbauen. Und dann ist sie noch größer und man kann noch mehr darunter verstauen. Oder mehrere Leute können sich darunter hocken. Ja, bis dahin würde ich sagen, probiert es auch einfach mal aus und arbeitet mal mit Moos und Gras. Also, es ist eine sehr interessante Tätigkeit, muss ich schon sagen. Ja, bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Und viel Erfolg beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.